Hey, my dear friends, David plays for you. Amnesia the Dark Descent. Albtraum Hauptthalle. Jetzt geht's weiter. Holy shilly moly. Wo bist du, Monster? Überall dunkel. Überall schrecken. Überall. Ein Albtraum. Zum Hauptschiff zurück. Zum Hauptschiff zurück. Alright, baby. Let's get into it, guys. Moving on. Never give up. Niemals aufgeben, auch wenn es dunkel ist und schlimm aussieht und überall Monster sind. Niemals aufgeben. Hallo? Ah, Jury. Incredible. You found Vile's recipe. There might still be a chance. Listen carefully. Alexander is working on opening a gate. A door to another world. It's really much to go. If you could put your head back on the side, let him open the portal before you take your advantage. Let me pass the gate then. Please, find the ingredients at the place. okay ja er habe mich nicht voll ich habe zu tun mister ich habe zu tun überleben i need to survive was hallo ist anybody hier quershift an diesem tag starb etwas in ihm zu sehen wie sich dieser mann davon machte war mehr als sein verstand ertragen konnte oh mein gott was geschieht hier wo muss ich hin wot ich muss hier auf jeden fall aus diesem gruseligen dunklen schloss raus holy moly macaroni ich muss hier raus äh bitte was niemand wird hier umgebracht ich bring niemanden um im 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 Ja, ja. No! Oh. The cradle is ready. Good. You, you're a man. How did you... Are you taking this? Is he alright? He is one of the wicked. Don't pay his lies and attention. Yeah. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why wouldn't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Uh... I'm not going inside, okay? I'm not this guy who is going inside. That's... that's crazy. Ich geh auch nicht rein. Nö. Nein! Nein, ich geh auch nicht rein. 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 Holy shit. Warum muss man so sterben? Der Brandstifter schrie, als er langsam gepfählt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen der Opfer zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt. Aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode. Es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. Oh mein Gott. Das ist ein schlimmer Tod. Ein schlimmer Tod. Bye. Scheiße. Tschüss. Niemand da? Niemand da? Ernsthaft? Niemand da? Ernsthaft? Hallo? Entschuldigung. Äh. Was? Holy shit. What's that? Hello? Excuse me? Can I take this quick? Oh mein Gott. Wieso? Wieso? Oh mein Gott. Was für eine Foltermethode. Er wurde hier einfach auseinander gerissen. Das Gewicht nach unten. Er wurde hoch gezogen und dann... Die Kidnapperin war auf ihren Knien und... Und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte wie ihre Hände angehoben wurden. Und ihr Körper folgte. Und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Oh mein Gott. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch. Als der Mann eher kam und zum nächsten Schritt überging. Was? Holy moly Macaroni. Was? Stück an der Kugel? WTF? Holy moly Macaroni. Holy moly Macaroni. Hey Kumpel. Wie geht's? Alles gut? Ja? Du häng... You are just hanging around a little bit. You are just hanging so quick... Oh mein Gott! Okay. Oh, blablabla Hallo? Äh Oh mein Gott Was? Das kenn ich Das kenn ich Das Bild kenn ich Das ist schlimm Der Vergewaltiger hing kopfüber Seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest Und ließ sich nicht weiter bewegen Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete bis David ihn rettete Doch das Opfer verblutete Oh shit Holy moly Die Menschen Die Menschen Waren schon immer grausam Die Menschen machten die Welt zu einem noch unschöneren Ort Okay Das ist nicht schön Du kannst mich am Arsch lecken, Büchse Das ist ganz und gar nicht schön Und da haben wir noch was Ein Stück einer Kugel Okay Okay Wir haben hier verschiedene Kugeln Ah Okay Okay Ja 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 So Was ist da oben Die Treppe Ich geh mal die Treppe hoch Ich geh mal die Treppe hoch Okay Du siehst hübsch aus Du bist das Monster Oh shit Okay Jesus am Kreuz Wie geht's? Okay Wahrscheinlich nicht so gut Überall diese Bücher Ne Was? Hallo? Jemand da? Schnur? Okay Okay Bist du es meine Liebste Die ich so vermisse Oder bin ich es selbst Ich weiß was ich geworden bin Ich bin nicht blind Ich bin ein Monster I'm a goddamn monster For you Für sie Ein dämonisches Sultan Der auf einen dunklen Berggipfel haust Ich kann nur wenig tun Um mich selbst zu erlösen Der schwarze Adler fürchtet mich Und nach Napoleons Niederlage Ist es nur eine Frage der Zeit Bis ich meinen Kopf auf der Tablet Auf einer Was? Auf einer Tablett Präsentiert haben wollen Rechtschreibung Naja Ich muss auf Diesen Land fliegen Dieses Mal muss es funktionieren Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann Soll ich untergehen Ja Never give up On your dreams Okay Never goddamn Gewacht Haben wir jetzt alles? Okay Okay Cheer animal Let's go Achterbahn Okay Bis zum nächsten Mal Holy moly